Duchen und zerstören ist nicht besetzt. Ne, lass das später machen. Hardcore Duchen und Raten könnten wir auch holen. Habt ihr Bock? Ja, dann machen wir das, wenn wir gerade Hardcore spielen. Wollen wir da raus oder wollt ihr das noch spielen? Dann legen wir mal los und drauf spielen. Ja, spielen. Also spiel diesmal mit Thermal, weil wenn wir Spaß mit Thermal spielen, dürfen wir auch mit Thermal spielen. So schön mit Charlemagne, auch mit dem One-Shot im Hardcore-Modus. Kann ich euch nur empfehlen. Du gehst zu Hinder beim Spawn, wo es losgegangen ist, stehen sie. Soll das. Jawoll, Checkwitte befördert zum Commander. Ja bestimmt, da sind Lappen und Commander, da dekratieren hier sofort auf Private. Alle haben Spawn, ey. Ja. Die haben die Führung, ey. Spawn-Gammler, niemand sieht gut. Ich hab da auch gerade wieder einen weggeholt, ey. Aber die Spawnen dauern immer die ganze Zeit. Oh, die sind einfach ins Gebüschchen und driften gar einen. Oh, da kämmt immer noch einer beim Spawn, ganz hinten, ey. Ja, auf der Treppe oben. Den haben wir. Den haben wir auch. Oh, oh mein Gott, da läuft der, läuft der. Ja. 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 Ja, da sind Köfferchen, das nehmen wir direkt mal mit. Ja. 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 Ich glaube ich habe einen bei der Brücke. Ich habe sogar frei geholt. Ich habe es gesehen, Alter. Auf der Brücke ist noch einer. Wo ist einer? Auf der Brücke. Links oder rechts? Links. Ich habe den auch. Ich glaube Westen. Ja, sehr geil. Was ist der denn da? Hey Galla. Was riechst du denn hier so? Ja, wir können ja sagen, die haben meinen Controller ausgefangen. Ja. Da unten läuft einer. Den werden wir uns direkt mal holen. One Shot kommt. Ja. Okay, es waren zwei Schüsse, aber der erste. Boah, das war ja so unnötig, ey. Oh ja, ich überlebe das natürlich nicht jetzt. War bestimmt schon ein bisschen eingeschossen. Nee, gar nicht. So, wir werden jetzt direkt was mit T-backen. Ja. Vorräte Waffen auf Anleitung. Landeszone markiert. Den haben wir. Sehr schön. Jawohl, wir kommen. So, Munitionskifte habe ich. Links, Duna. Ja, dann müsste ich dich auch haben ohne. Alter, warum ist alles noch verdammt gekommen? Kommt nicht, Mann! Danke. Ist hier ein Laufen? Verbindet die Rakete im Anflug. Oh ja. Kommt nicht. Kein einzigen. Ich weiß gar nicht, wo genau das jetzt auf der Karte war. Das Schlimme ist beim Nachladen ist, dass man ein bisschen zimmer erschossen wird. Ich hasse sowas. Ah, scheiße, hier Vogelkrippe haben wir da. Also, Munitionskifte ist raus, Jungs. Nein! Wo sie gestartet sind. Bürogebäude. Ganz links. Ah, einer ist im Gebäude. Drinnen ist die Große. Ah, die werden ja wieder wieder weg. Ich glaube, da war keiner hohes Gras, glaube ich. Hab ich gerade eingesehen. Das ist Richtung Jack, glaube ich. So noch ein bisschen die Bude fällt. Ich weiß nicht. Ich bin alle beim Start. Ich bin beim Start. Alter, wo ist denn der? Alter! Der Lied im Push! Hab was für euch! So, Drohnerkaks. Mal gucken, was sie kriegen. Ich wünsche mir einen Jack an. Abschlusskamera. Abschlusskamera in Hardcore. Abschlusskamera in Hardcore. Jawohl. Den zweiten hab ich. Den zweiten hab ich auch. Wuh, 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 wuh. Sehr schön. Munitionskiste ist erschöpft. Da ist eine Munition aus der Munitionskiste holen. Dann noch einer. Sag ich mich, die ist gerade weg. Oh Gott, wie ich die gerade alle weghole, ey. Du bist mit Thermalport, ey. Lass mich doch mit Thermalport spielen. Das mach ich eh nur in Hardcore, Leute. In und Hardcore. Verbindung aktiv. Aber ich bewege mich zumindest. Ich brushe mit dem Ding. Ihr sitzt nicht in der Ecke. Ja, genau. Im großen Gebäude hinten drin bei der Bibliothek. Wir haben unser Geschütz zu zerstören. Ja, das Geschütz hat hier selbst verstört. W-deer einer durch die Hochras, glaub ich. W-deer einer durch die Hochras, glaub ich. Durch den Jack. Warte, du musst ja irgendwo dann laufen. Oder ist einer von uns? Hast du Jack noch? Jack tot? Oder wie? Achso, ich sollte vielleicht mal mein Mikro machen. Ach, ja. Genau. Das ist gesungen. Verpächtig, ey. Das wäre mal richtig nice, wenn ich den Last Kill machen würde, das wäre richtig nice. Ich höre Gegner, also ich höre Gegner, hier sind irgendwelche bei mir. Da vorne ist, ist da einer. Ach, da kommt... Den haben wir. Ich höre wieder Gegner. Den haben wir auch, sehr schön. Da ist auch einer. Oh, komm, Last Kill, komm, bitte, bitte, bitte. Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Komm schon, ich will den Last Kill machen, bitte! Ja, 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 jawoll. So, ich habe einen Last Kill gemacht. Ich hab 10-0? 10-0, ich habe 13-4 oder 14-2 oder so. Jawoll!